Jetzt sind sie anscheinend in der Schattenwelt, warum auch immer. Jetzt muss ich sie hier nochmal töten. Sehr toll. Und dann sind sie endlich tot. Okay, dann nehme ich an, ich will die anderen auch noch alle töten. Und dann bin ich hier vollkommen falsch. So. Jetzt aber. Jetzt weiß ich, wie es gehen soll. Schaffe ich die Mumien zu töten, ohne zu sterben? Das ist eine Frage jetzt. Ey, die steht genau in mir drin. Wie unfair ist das denn? Okay. Hat mir wenigstens kein Treffer gemacht. Ich glaube, die Drehattacke zieht mehr ab. Deswegen mache ich die immer jetzt. Stimmt. Stimmt. Arsch. Okay, alle tot. Schön. Ha ha ha. No, du kriegst mich nicht. Stimmt. Aber was mir jetzt gerade erst auffällt, das ist ja die Link to the Past Music vor uns. Ja, von Link to the Past, von der Dark World. Ja, ist ja cool. Mag ich die, mag ich sehr gerne. Ist mir gar nicht aufgefallen bisher, oh mein Gott. Ja, natürlich. Und lasst mich rasen. Jetzt sind die ganzen Mumien wieder da und die Teile sind wieder gesperrt. Also dann würde ich das Spiel lieben, wenn das so wäre. Aber ehrlich gesagt, freue ich das dir nicht zu. Und sonst wäre das das blödeste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Okay, nach Silver Surfer. Okay. So, natürlich hier lang. Ich meine, woher sollte ich wissen... Okay, gut. Dass ich da unten nicht lang gehen soll. Und dass ich hier nicht lang gehen soll. Lame. Geil. Ich bin da irgendwie ganz komisch runtergesprungen. Yay. So, jetzt gibt es natürlich auch noch zwei Wege, die ich gehen könnte. Und lass mich raten, beide... Wow, und ich versink. Lass mich raten, beide sind falsch. So, jetzt will ich in die Schattenwelt und darüber... Ich will es super machen. Aber man kann ja die Richtung ändern, wenn man die Stiebe schaut. Das ist ja cool. So, ich nehme an nach... Hier, äh... Rechts will ich nicht. Weil da bin ich ja gerade schon am Gang. Halt oben. Okay, cool. Haha. So will ich das. Frage, woher gehe ich jetzt lang? Das ist so lame. Zu viele Wege. Super. Super, ganz stark. Yay. Nein, ich kann doch nicht hochwählen. Will ich da unten durch? Nein. Okay. Dann hat das hier nicht viel gebracht. Was gibt's hier drin? Da kann was kaputt werden. Kann man so ganz elegant einen rüberwerfen? Ich glaube nicht. Nee. Nein, nein, nein. Nein. Hey, Ben. Noch ein Weg. Oh mein Gott. Kann man... Kann man da ganz elegant einen rüberwerfen? Und das geht auch bestimmt. Schritt nach unten. Vielleicht. Nee, okay. Es geht nicht. Ich seh's ein. Ich sterbe gleich doch wieder. Oh nein. So. Komm, hier lang. Oh Gott, oh Gott, was gibt's hier? Ich hasse sinnlose Truhen. Das kostet so viel Zeit. Ich seh's. Das kostet so viel. Und das kostet so viel. Dann kann man da. Ich hab' nicht mehr. Das war spannend. Oh mein Gott. Sterb gefälligst. Tschüss. Natürlich, in den anderen Wegen sind die Schossruhe hin. Lass mich raten, die sind sinnlos. Ich hatte sinnlose Sachen. Oh, anscheinend gibt es da hinten eine große Fee. Hört sich jedenfalls an, nach der Musik zu Urteilen. Hoffentlich haltet ihr mich aber auch. Weil ich bin so gut wie tot. Yay. Yay. Und sie haltet mich auch cool. Jetzt kann ich wieder über Löcher rennen. So, und lass mich raten, welches ein Loch ist. Ja, erstmal das hier. Zoll, sinnlos. Wofür brauche ich das? Ich meine, ich kann einfach hier rüber rennen. Ja, ich kann jetzt auch mal die roten Kistalle dahin, die kommen. Ja, okay, gut. Ja, ich kann hier rüber rennen. Haha, ich kann in der Luft rennen. Scheiße. Wie komme ich hier wieder raus? Böööö... Haha. Hm. So. Oh, und ich will wahrscheinlich... ... wieder... ...erst mal das hier. Ach, was ist denn das? Wooh. so ich will darüber ja so oder wirklich eine seltenheit weißt du stammt der zula da habe ich ja noch nie von gehört direkte nachkommen der aber so was macht ihr hier was hast du hier sein massage für das herz nee danke ich habe volle herzen was gibt es hier hört sich an nach mini spiel ja klar mache ich gewinne ich gewinne ich gewinne ich kein verlust okay das reicht wollen wir die anderen häuser auch noch mal eingehen irgendwelche informationen oder so was oder sind so schafft wahrscheinlich böse mächte nie warte ich böse sondern wie war das böse macht oder keine böse macht das ist hier die frage ja 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 ich mag das ich mag so was ihr irgendwie sieht dieser verdächtig aus hier ja sieht verdächtig aus so wackelt so komisch oder wackelt alles so ja okay es wackelt alles so